Ein Ad-Break ist nichts anderes als eine Werbeunterbrechung. Diese wird zumeist an bestimmten Stellen eines Films oder einer Serie eingeblendet, beziehungsweise die jeweilige Sendung durch jeweilige Werbeblöcke unterbrochen, und zwar an jenen Stellen, wenn quasi, ähnlich wie am Theater, ein Akt beendet oder eine Art Cliffhanger, sprich eine besonders spannende Szene erfolgt ist. Das hat schlichtweg psychologische Gründe. Zum einen kann man dadurch sicher gehen, dass nach der Unterbrechung ein Großteil der Zuschauer betreffende Sendung weiter mitverfolgen wird, und zum anderen geht man davon aus, dass die Akzeptanz einer solchen Sendeunterbrechung dann am höchsten ist. Vielen Dank.